Ja, das würde ich mir wünschen, meine Damen und Herren, dass Sie da auch wieder dabei sind beim großen Preis von Italien in sieben Tagen. Smell's danger. Grazie. Grazie. Thank you. Good efforts all weekend. Well done. Getting the package ready. Well done, Motoristi. Grazie. Grazie, Sebastian. Bellissima gara. Martello. So, und zu guter Letzt hat sich da auch noch Maurizio Arriva Bene zu Wort gemeldet, nachdem Sebastian Vettel sein Ständchen losgeworden ist. Er war ein wenig desillusioniert, der liebe Louis Hamilton. Der war einfach eine zu einfache Beute auf der Geraden für Sebastian Vettel nach seinem Geschmack. Und die Befürchtung, dass sich diese Geschichte wiederholt in Monza, die war Louis Hamilton deutlich anzumerken. Die Vorfreude auf den Italien Grand Prix beim Mercedes hält sich nach dem, was man hier und heute erlebt hat, wohl in Grenzen. Wie waren die Reifen? Super. Keiner hat mit den Reifen Probleme gehabt. Weder Hamilton noch Sebastian Vettel. Diese Befürchtung hat sich also nicht bewahrheitet. Ja, viel orange zu sehen, sagt Sebastian Vettel. Das ist recht nett für Max Verstappen, der hier auf die Unterstützung der vielen holländischen Fans zählen konnte und irgendwie auch Belgier ist. Die Mama ist Belgierin und der Max selbst ist ja auch in Belgien geboren. James Ellison. Ja, da müssen sie sich was einfallen lassen, damit man vor allem in Sachen Straight Line Speed wieder mithalten kann mit Ferrari. Denn ansonsten wird es auch in Monza nicht viel zu holen geben, zumindest keinen Sieg. mit meiner Familie zu versen. Amen. 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 Der ist da in Anlehnung an den Titelsponsor des heutigen Rennens gestaltet. Der Mann mit dem Spazierstock, der findet sich sonst auf der Whiskyflasche wieder. Jetzt gibt es ihn da für die Top 3 dieses Rennens und noch einmal auch für Ferrari für den siegreichen Konstrukteur. Das ist die Schwester von Max Verstarten, die blande Dame da im Vordergrund. Jetzt gibt es die Champagnerduschen. Dann gibt es noch einiges natürlich zu diskutieren über dieses Rennen. Vor allem auch über den Startunfall. Wir werden für diese Leihfläche die Entscheidung des Stuyards nicht mehr mitbekommen. Aber sie haben sich zu verantworten, beziehungsweise Nico Hültenberg hat sich zu verantworten. Diese Order wurde schon ausgegeben, dass der Deutsche in Begleitung eines Teamverantwortlichen bei den Stuyards anzutanzen hat. Dort wird man sich dann auch das Statement von Fernando Alonso anhören. Der wird dazu nicht allzu viel beitragen können. Das ist diesen Dreien relativ egal, würde ich mal sagen. Von den Dreien da, lieber Christian, sind nur zwei so richtig froh. Ja, absolut. Ich meine, für Sebastian Vettel sicher das Ergebnis, von dem sie sich erhofft haben hier in Spa. Die waren wirklich am schnellsten, haben ein fehlerfreies Rennen abgeliefert. Bei den anderen zwei, Lewis Hamilton sicher, hat sich vielleicht erhofft, dass etwas mehr drin liegt. War dann aber leider nicht der Fall. Und Red Bull Racing hat sich ja nicht mehr erwarten können. Ich glaube, Podium ist für sie wirklich ein Erfolg hier auf der Strecke. Wie ein Sieg eigentlich. Den Geschehnissen des gestrigen Qualifyings und nach dem Vorzeichen. Sebastian Vettel trägt seinen Pokal davon, verschüsst sich kurz. Wir machen das auch, sind aber gleich wieder zurück hier in Belgien. Bitte dranbleiben. Heute live in ORF Sport+. Die ersten Nachtrennen der DTM-Geschichte. Rasen die Österreicher Lukas Auer und Philipp Eng aufs Podest? Showdown auf der kurvenreichen Rennstrecke in der italienischen Emilia Romana. Die DTM live. Heute 22 Uhr. ORF Sport+. Donnerstag live in ORF Sport+. Mit voller Power in die neue Champions-Hockey-League-Saison. Gleich im ersten Spiel kommt der zweifache Champions-League-Gewinner aus Schweden nach Wien. Vienna Capitals gegen die Wulunda Indians. Donnerstag, 20.15 Uhr live in ORF Sport+. Das gab's noch nie. Das härteste Quiz Europas. Die klügsten Köpfe Österreichs kämpfen um 100.000 Euro. Gegen Promi-Experten. Gegen Quiz-Show-Giganten. Ich weiß alles. Ab Samstag, 8. September in ORF 1. Mein Dienstag. Dicke Luft im Revier. Du solltest am besten überhaupt keine Uniform mehr tragen. Ich hab mich zigmal dafür entschuldigt. Und du glaubst wirklich, damit ist es getan? Neue Folge. Frag mich immer wieder, ob ich irgendwas übersehen hab. Du bist ein guter Polizist. Wie ich sehe, haben Sie Ihre neuen Kollegen schon kennengelernt. Mit Muratan Muslu. CopStories. Dienstag, 21.05 Uhr, ORF 1. Am Kinos-Artag. Ich, Seth, werde euer einzig wahrer König sein. Verbeugt euch vom... Sebastian Vettel fährt zu Saisonsieg Nummer 5 nach Australien-Bachrein. Kanada und Großbritannien gewinnt der Deutsche auch den großen Preis von Belgien. Ein Rennen, das mit einem Aufreger, mit einem Knalleffekt begonnen hat. Der Startcrash ausgelöst von Nico Hültenberg. Wir können uns die Bilder noch einmal ansehen und uns die Frage stellen, was ist denn da in den Deutschen gefahren? Der hat da einfach viel zu spät bremst, lieber Christian. Ja, definitiv einfach zu spät auf der Bremse gewesen. Hat dann relativ schnell einmal blockierende Vorderräder gehabt. Du bist eigentlich nur noch Passagier. Hier sehen wir es jetzt noch einmal von oben. Da sind wir ein bisschen zu weit hinten. Ja, man sieht es ja links. Gleich einmal stehen die Räder, rasselt dann in den Fernando Alonso rein. Der fliegt über den Charles Leclerc im Sauber. Und für Alonso war da eigentlich gar nichts zu machen. Das Hallo-System war sehr, sehr hilfreich bei diesem Unfall, als Alonso direkt auf das Auto von Leclerc gekracht ist. Hier sehen wir es jetzt noch einmal ganz schön vor der Onboard-Kamera. Hat ja eigentlich viel Platz vor sich. Hat dann aber blockierende Räder. Natürlich die vorderen Fahrzeuge, die wollen alle um die Ecke. Die bremsen dann noch mehr runter. Aber wo hat der da hingeschaut? Und das geht dann alles sehr, sehr schnell natürlich. Eine ganz eigenartige Situation aus der Sicht von Nico Hülkenberg, der, das haben wir vorhin schon erwähnt, eigentlich als sehr besonnener Pilot gilt. Jetzt haben wir ein erstes Statement des Deutschen, der hier diesen Startcrash, bei dem Gott sei Dank alle unbeschadet davon gekommen sind, ausgelöst hat. Wir sind gewohnt, dass Sie besonnen, kaum Fehler machen. War es denn ein kleiner technischer Defekt oder war es wirklich reines Selbstverschulden am Start? Nein, kein technischer Defekt. Ich glaube einfach, heute von hinten kommend, wurde ich einfach von dahergehend ein bisschen überrascht, wie wenig Grip man hat hinter all den Autos. Die sogenannte Dirty Air fühlt sich da irgendwie nochmal schlimmer an. Und der Grip, als ich auf die Bremse ging, war sehr, sehr wenig. Und ich habe direkt halt vorne beide Reifen blockiert und konnte dann auch nichts mehr retten. Aber ja, einfach verschätzt heute. Grober Schnitzer und das ist natürlich sehr, sehr bitter und enttäuschend für die Kollegen, aber natürlich für mich selber auch. Darf auch einmal passieren, aber trotzdem war es wahrscheinlich ein nicht angenehmer Moment da, die Kettenreaktion zu beobachten. Nee, genau. Also das will man nicht. Also wenn man Fehler selber macht und sich selber rausnimmt, dann ist das immer eine Sache. Wenn man dann die Kollegen natürlich mitnimmt, das will keiner, ist auch nicht berechnend. Und ja, ist nicht gut gewesen heute. Sind Sie seit heute Fan von Hello oder gab es ja viel Kritik bei Leclerc hat es gegriffen? Ich habe das noch nicht so gesehen im Detail. Reifen wäre wahrscheinlich von Malonso auf den Kopf. Okay. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Alles Gute, danke. Er war ursprünglich kein Fan von Hello. Er war einer, der sich da lange quergelegt hat und heute wahrscheinlich auch seine Position von damals noch einmal überdenken wird. Aber im Grunde genommen sehr, sehr faire, ehrliche und sympathische Worte von Nico Hülkenberg, der da keine Ausreden sucht. Der sagt, mein Fehler und besonders leid tut es mir für die Kollegen, die ich da rausgerissen habe. Allen voran Alonso und Leclerc. Ganz genau. Ich meine, das kann passieren, so ein Fehler. Die Vorderreiter blockieren schneller mal. Hat sich da verschätzt, hat einen Fehler anerkannt, hat sich entschuldigt, erledigt. Geht weiter. Dann können wir uns dem weiteren Renngeschehen widmen. Das war nämlich gleich, nachdem der Crash passiert ist. Aber noch nicht das Signal Safety Car draußen war, hat Sebastian Vettel Lewis Hamilton überholt. Gleich als er sein erstes Mal raufging zur Camel Straight. Und das war ein Überholmanöver, das relativ einfach gegangen ist. Lewis Hamilton hat es im Interview mit Martin Brandl mehrmals angesprochen, dass er da auf völlig verlorenen Posten eigentlich war. Ja, da hat er eigentlich keine Möglichkeit gehabt, Lewis Hamilton hier irgendwas abzudecken. Das war praktisch unmöglich. Sebastian kam eigentlich extrem gut durch, schau, hier Radio rauf. Da kommt er schon mit deutlich mehr Speed, setzt sich hier neben Lewis und ist dann schnell einmal vorbei. Für ihn war glücklich, dass das Signal nach dem Überholmanöver erst rausgekommen ist. Das haben wir in der vorhergehenden Einstellung gesehen, dass dieses Signal, diese Mitteilung der Rennleitung erst aufgeschienen ist, als das Feld schon durch die Leukom-Schikane durchgefahren ist. Dann wurde erst Safety Car ausgerufen und daher konnte er mehr oder weniger straffrei dieses Überholmanöver durchziehen, Sebastian Vettel. Für mich ein bisschen verwunderlich, weil das war eigentlich sofort klar, dass hier ein Safety Car rauskommen muss bei der Startkamera-Karambolage, wo so viele Autos involviert sind. Da hat man aber doch etwas länger gewartet und das war der Vorteil von Sebastian. Ich bin gespannt, was Toto Wolf nach diesem Rennen zu sagen hat, dass für Lewis Hamilton mit Endplatzierung 2 ausgegangen ist, Valtteri Bottas auf Rang 4 vorgefahren. Bitte, Christian Dindorfer. Die Plätze 2 und 4 am Ende für Mercedes. Dotto Wolf, ihre Befürchtungen sind wahr geworden, dass Sebastian Vettel gleich zu Beginn dann Luis Hamilton vorbeizieht. Die Vorentscheidung eigentlich im Rennen? Ja, da waren wir eigentlich wehrlos. Wieder D-Zug vorbeigefahren, aber auch dann im Rennen waren sie das schnellere Auto. Also der Sebastian hat hier total verdient gewonnen, so schwer mir das Feld, das zu sagen. Ja, einmal gab es noch die Möglichkeit durch den Boxenstopp, da war man eine Runde früher dran, hat auch aufgeholt, aber war der Max Verstappen störend? Hat sich das ausgewirkt? Nein, überhaupt nicht. Der Vorsprung, den er hatte für den Stopp, war ausreichend, aber es war unsere einzige Chance, dass wir gedacht haben, wir gambeln, vielleicht haben sie einen langsamen Stopp, aber eigentlich von der Bess hat es nicht gereicht. 17 Punkte ist noch, der Vorsprung ist etwas geschmolzen. Was bleibt denn unterm Strich nach diesem Rennen? Bottas ja auch mit einer Aufholjagd auf Platz 4 beachtlich letztendlich. Ja, das wäre gut, das war gut, weil Kim ja auch nicht gepunktet hat, aber trotzdem, was bleibt, ist ein Gefühl, dass wir einfach nicht stark genug waren. Was heißt das für Monza? Ja, aufholen. Aber ähnlich die Kräfteverhältnisse, sind die einfach jetzt schneller, diesen Tick? Ja, die sind schneller, die sind schon seit einiger Zeit schneller. Bleibt auch so. Wir werden mal schauen, dass wir das ändern. Dankeschön. Das ist dann schon bemerkenswert, die letzten drei Rennen hier vor dem heutigen Tag hat Mercedes gewonnen, sechs Poles in Serie, hier in Spa-Francorchamps eingefangen. Und dann ist man ganz klar, so wie es jetzt auch Toto Wolf nicht beschönigend bestätigt hat, nur mehr zweite Kraft auf dieser Rennstrecke, die einst in der jüngeren Vergangenheit ganz eindeutig als Mercedes-Strecke galt. Genau. Also der Motorenvorteil von Mercedes ist definitiv weg. Da hat Ferrari aufgeholt, da hat Ferrari Mercedes überholt. Ferrari hat letztes Jahr schon ein gutes Chassis gehabt, hat ein gutes Aerodynamik-Konzept gehabt. Und das haben sie ja nahe wie vor, in diesem Jahr noch. Und haben somit eigentlich Mercedes überholt jetzt. Jetzt geht es natürlich in die zweite Saisonhälfte, da heißt es, weiterhin neue Teile ins Auto zu bringen. Und natürlich auch als Team und auch aus Fahrersicht das fehlerfrei zu überstehen. Und da hat meistens in den letzten Jahren Ferrari die Fehler gemacht oder waren da eher anfälliger. Ja, jetzt bin ich gespannt, was Mercedes einfällt in den nächsten Wochen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht allzu viel ist bis nächsten Freitag. Da stehen die freien Trainings im Mond zu an. Ich glaube, da kannst du nicht allzu viel machen. Oder wieder eine Highspeed-Strecke. Da wird mit noch flacheren Flügeln gefahren bei Ferrari und Mercedes. Ferrari hat den Motorenvorteil momentan, also ich sehe die da wieder ganz vorne. In Sachen Weltmeisterschaft ist das Ganze natürlich für uns neutrale Beobachter hochinteressant. Der Vorsprung des Lewis Hamilton ist geschrumpft auf 14 Punkte. Und Sebastian Vettel, der gilt als ein Pilot, der immer in der zweiten Saisonhälfte bärenstark aus der Sommerpause zurückkommt. Er hat hier 2013 einst einmal den Grand Prix gewonnen. Und das war der Startschuss zu seiner Rekord-Siegesserie. Neun Siege in Folge, kein Formel 1-Pilot in der Geschichte. Er hat mehr Siege aus Wied gefeiert. Auch da hat er hier den Grundstein gelegt. Schlussendlich dann zum Titelgewinn wieder 2013. Nachdem, was wir an diesem Wochenende erlebt haben, ich weiß, du hast auf Hamilton gesetzt. Aber überdenkst du das Ganze noch einmal? Wird die ganze Geschichte WM spannender, als wir uns das zu Saisonbeginn gedacht haben? Ja, also es wird definitiv spannend. Die Ausgangslage ist für den Titelkampf eigentlich perfekt. Sebastian etwas hinterher. Also der muss jedes Rennen attackieren. Die müssen Punkte holen. Und ja, es wird spannend. Die sind auf Augenhöhe. Fahrerisch auf jeden Fall. Und jetzt gilt es einfach, keine Fehler zu machen. 17 Punkte sind es. Habe ich jetzt fälschlicherweise 14 gesagt. 17 Punkte sind es, die Lewis Hamilton nach wie vor vor Sebastian Vettel liegt. Aber es wird eine ganz, ganz, ganz enge Angelegenheit. Schauen wir mal, was der zweite Mercedes-Pilot in diesem Rennen gemacht hat. Dass er von der vorletzten Startreihe aus öffnen musste. Auch der war in ein Startscharmützel verwickelt. Musste dann sehr, sehr früh einmal gleich nach der ersten Runde in die Box. Bei ihm hat sich das zugetragen. Er ist da auf Sergej Sirotkin aufgefahren. Ja, auch hier leichter Verbremse gehabt. Fährt er auf Sirotkin auf. Hier eine ganz heiße 10-Juno Rouge geht hier außen an. Brenton Hartley war das, glaube ich, vorbei. Nächste Überholmanöver am Sauber. Recht unspektakulär mit DRS. Aber er hat natürlich ein spannendes Rennen gehabt. Hat viele Überholmanöver machen können. Hat sich hier durch das Feld mehr oder weniger gepflügt. Also ihm wurde auf jeden Fall sicher nicht langweilig. Hierfür geht er noch am Haas vorbei. Und schlussendlich hat er dann auch noch die beiden Force India überholen können. Estepa Ocon und zu guter Letzt Checo Perez. Und dann ist er auf Rang 4 angekommen. Valtteri Bottas, auch für ihn natürlich Schadensbegrenzung nach dem Grid Penalty und nach dem Zwischenfall in der Startphase. Der Finne, ich nehme an, ist zufrieden mit diesem Rennausgang. 30 Runden auf Supersoft, das war ja eine Überraschung, oder? Ja, für mich auch. Wir haben das nicht erwartet. Es war natürlich Blistering, aber es war nicht so arg und darum ist es gegangen. Ganz am Anfang Kontakt mit Siroting, wie schlimm war das? Ja, ich war überrascht, wie schnell ich bremsen musste und dann war ich zu spät. Vierter Platz, das Maximum, was heute drin war? Glaube ich schon. Ja, nach dem, was in Kurve 1 passiert ist, schon. Wir haben relativ früh dann natürlich den Frontflügel tauschen müssen und so war es absolut das Maximum. Auch er da verwickelt in einen Auffahrunfall. Auch bei ihm war es ähnlich, natürlich nicht so gravierend wie bei Nico Hülkenberg, aber war doch irgendwie ähnlich der Unfall gelagert. Auch er hat es einfach übersehen. Ja, die erste Kurve ist natürlich sehr eng und wenn du da hinten startest, dann verlangsamen die Autos wirklich extrem da rein. Es ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen oft und du hast halt schnell einmal stehende Räder da hin zur ersten Kurve und dann reicht schon, dass du den vorderen hinten reinfährst. Bei Hülkenberg war es extrem, aber das war jetzt nur ein leichtes Auffahren. Natürlich hat sich selber den Flügel kaputt gemacht. Sein Glück, Safety Car war draußen, also er konnte eigentlich den Flügel mehr oder weniger, den Boxenstopp gratis tauschen. Hat sich ja dann halt wieder im Feld hinten anstellen müssen und hat so dann die Aufholjagd begonnen. Aber ja, für ihn sicher ein spannendes Rennen gewesen. Das Maximum, glaub ich, mit Platz 4 rausgeholt. Mehr war da nicht drin. Aber im Grunde genommen ist es in der Formel 1 so wie bei uns und bei Ihnen zu Hause im normalen Straßenverkehr. Der, der hinten drauf fährt, der hat Schuld. Richtig. In dem Fall also Schuld. So es ist, ja. Walter Ribotas und weil wir gerade diese Startkollisionen ein wenig auflösen wollen, blicken wir auch auf die Geschichte. Daniel Ricciardo gegen Kimi Raikönnen. Da finde ich da völlig frei von Schuld. Aber auch Daniel Ricciardo ist da unschuldig zum Handkuss gekommen. Kommt ein Pferdl geflogen, kann man da sagen. So oder so ähnlich. Der reißt ihm da den Heckflügel ab. Und dann fährt Ricciardo in das Heck von Kimi Raikönnens Ferrari. Ja, da war noch ein Toro Rosso auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, war das Gasli oder Hartli, der Ricciardo oder so ein bisschen nach links rüber gedrückt hat und ist dann in den Raikönnen reingefahren. Hat sich so mit dem Frontflügel kaputt gefahren. Und bei Kimi haben wir gesehen, hat er einen Reifenschatten dann gehabt. Also nicht nur Reifenschatten und noch viel mehr hat dann später auch das Rennen beenden müssen. Also auch für Kimi ein Wochenende zu vergessen. Er ist so stark in das Wochenende gestartet. War wirklich in den Freien Trainings immer vorne dabei. War schnell auf Zeiten eigentlich wie Sebastian Vettel. Er ist immer sehr stark hier in Spa. Und ja, das war ein Wochenende zu vergessen für ihn. Er wäre bestimmt auf dem Podium gestanden hier. Ob er es gewinnen hätte dürfen, bezweifle ich. Aber auf jeden Fall hätte er ein bisschen Champagner trinken dürfen. Also Raikönnen dann früh raus aus diesem Rennen. Daniel Ricciardo hat man dann noch relativ lange mitfahren lassen, bis man ihn dann schlussendlich auch befreit hat von der Aufgabe Grand Prix fahren am heutigen Sonntagnachmittag. Was hat denn der Australier zu erzählen? Daniel, das Wochenende hat so begonnen, wie es begonnen hat. Das war Domino-Effekt am Start, oder? Ja, überhaupt kein gutes Wochenende nach der Sommerpause. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe Alonso gesehen. Er hat mich getroffen. Aber ich glaube nicht, dass er das ausgelöst hat. Es war Hütenberg. Ja, so hat das alles angefangen. Ich habe den Schlag natürlich gefüllt und dann bin ich Kimi reingefahren. Ja, war natürlich nicht gut und blöd, dass dir das so früh im Rennen passiert. Ich habe natürlich dann auch gekämpft, draußen geblieben, aber der Schaden war zu groß. Das Team hat alles probiert. Wir haben zwei Runden lang verloren, aber was soll ich. Haben Sie Erfahrungen sammeln können? Warum ist man dann weitergefahren? Ja, wir haben auf ein zweites Safety Car gehofft, dass ich mich vielleicht noch mehr zurückrunden konnte, aber ja, das war es eigentlich. Warten auf ein Safety Car. Und dann haben wir das Rennen beendet, um alle Teile zu schonen. Sagt Daniel Ricciardo. Wir haben uns auch gefragt, warum er dann so lange noch im Rennen bleibt. Aber jetzt hat er es erklärt. Die Hoffnung auf einen weiteren Zwischenfall, auf eine weitere Safety Car Phase. Wir haben allerdings auch im Rennen gesehen, dass für meinen Geschmack Red Bull im Race Dream stärker war, als ich das nach dem Freitag erahnt habe. Lass uns mal überlegen. Am Freitag waren es deutlich hinterher. Ich glaube, es war um die sieben, acht Zehntel pro Runde auf Ferrari. Und jetzt waren es wirklich stark unterwegs, stellenweise auf gleichem Niveau wie Ferrari und Mercedes vorne. Hätte es sicher nicht gereicht, um hier um den Sieg mitzufahren, aber deutlich stärker wie erwartet. Ich glaube, mit dem dritten Platz für Max ist es eigentlich für Red Bull auf der Strecke, wo einfach der Motor so ausschlaggebend ist wie ein Rennsieg. Und da können Sie definitiv extrem zufrieden sein. Und das hat man auch im Gesichtsausdruck von Max gesehen. Jetzt können wir uns die Verstappen-Manöver ansehen. Ocon, den hat er am Ende der Camelstraight überholt. Der RB14 ist wirklich ausgezeichnet gelaufen und zu guter... Ja, es ist wirklich ein tolles Manöver gewesen. Ocon versucht ja, ihn abzudecken, war aber nicht konsequent genug. Ging beim Anbremsen wieder nach links rüber. Wieso er das gemacht hat, weiß ich nicht. Somit hat er die Tür offen gelassen für den Max Verstappen, der natürlich sehr aggressiv immer fährt. Und sticht da sofort rein. Dann die gleiche Stelle, allerdings fährt er diesmal auf der anderen Seite vorbei. Hier hat er aber deutlich mehr Speed-Überschuss und kann ja auch außen ganz klar und ganz einfach hier am Perez vorbeigehen. Repul war hier deutlich schneller als der Force India im Renntrim. Hier sehen wir es nochmal von der Onboard. Ja, das war recht unspektakulär. Daher gibt es ein unverhofftes Podium. Wir haben Max Verstappen vor dem Rennen gehört. Da hat er gesagt, wahrscheinlich maximal Platz 4, was da drinnen ist. Es ist der Dritte geworden und das freut, nehme ich an, auch Helmut Marko. Helmut Marko eingedeckt von Orange. Glückwunsch zu Platz 3. Platz 4 wäre das Maximum, hat er gemeint. Max Verstappen, letztendlich alles aufgegangen. Ja, wir waren selber überrascht. Wir haben eigentlich den gleichen Speed gehabt wie Mercedes, nur in der Anfangsphase haben wir das verloren. Und unser Reifenverschleiß war deutlich besser. Also noch ein paar Runden und dann hätte Hamilton seine Reifen wechseln müssen. Also alles in allem sehr zufrieden. Aber heute leider, im Training haben wir es vermasselt. Und mit Ricciardo, der Schaden war einfach zu groß. Das hat keinen Sinn mehr gemacht. Jetzt haben wir aber gemeint, vom Speeder kann man nicht mit. Das sieht jetzt dann doch wieder etwas versöhnlicher aus, wie Sie gesagt haben. Wäre das Qualifireim besser gelaufen, hätte man eventuell sogar Druck noch auf die beiden da vorne ausüben können. Ich glaube, wir hätten Hamilton unter Druck setzen können. Vettel war zu schnell, aber Hamilton war eine Möglichkeit. Was waren die Überlegungen bei Daniel Ricciardo? Da gibt es Sprechchöre für Helmut, Marco, ihn dann noch draußen zu lassen. Dementsprechend bis Runde 31, glaube ich. Wenn eine Safety-Car-Phase gekommen wäre, hätten wir die Zurückrundung geschafft. Dann wären vielleicht Punkte möglich gewesen. Aber wie dann das klar war, da geht nichts mehr, dann haben wir aufgehört. Sie werden gefeiert, das hätte Red Bull gewonnen. Ich bin die holländischen Fans, weil wir den Verstappen reingerollt haben. Alles klar, genießen Sie es. Danke. Danke. So, jetzt ist er auch bei den Niederländern. Eine ganz große Nummer, Helmut, Marco. Mit den Sprechchören auch er natürlich viel versöhnlicher, als er es war nach dem gestrigen Qualifying, das da ziemlich daneben gegangen ist aus Red Bull-Sicht. Ja, definitiv. Also gestern, ja, das Qualifying Q3 ist definitiv ins Wasser gefallen für Red Bull Racing. Die haben sicher auf Regen gehofft, um irgendeine Chance zu haben, den Qualifying besser dazustehen. Und das haben sie leider vermasselt mit einer falschen Strategie. Und von dem her ist das Rennen heute absolut versöhnlich. Topleistung von Max, Topleistung vom Team, deutlich bessere Rampace gehabt, wie gedacht. Also ein guter Sonntag. Und eine Topleistung haben wir gestern gesehen von den beiden Furs-India-Piloten. Esteban Ocon ist auf Startplatz 3 gestanden. Diego Perez auf Startplatz 4. Für das Team, das hier neu wieder einsteigen muss in die Formel 1, sind es schlussendlich die Plätze 5 und 6 geworden. Sie haben damit in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, wo sie ja vor dem heutigen Tag mit 0 Punkten auf Rang 10 geführt wurden, ein Team schon wieder überholt. Nämlich die Mannschaft von Williams. Und sie sind bis auf einen Punkt auch schon wieder an Sauber herangerückt. Also die Aufholjagd von Force India oder von Racing Point Force India, die hat hier, wie ich meine, recht gut begonnen. Esteban Ocon. Ich denke, du erwartet, dass Kimi dich übernimmt und vielleicht nicht Valtteri. Zumindest ein Result, das du dich entschuldigen willst. Ja, ich denke, es ist ein gutes Result. Es war ein sehr, sehr starkes Weekend von Anfang an. 5. und 6. in der Rennung. Es ist ein gutes Result für ein neues Team. Und, you know, what we need to do ist, to keep pushing and keep doing the same for the next races. And if we do that, it's going to be a strong end of the season. What's in your mind with the starting action? You had been fighting for the first place and then you had to control it with your teammate. Yeah, exactly. Yeah, I chose the wrong side, basically. I tried to go on the inside and... It was close. It was close, yeah, but I didn't have that little edge of speed, you know, to take the lead. And then I lost a place to my teammates, so... But yeah, anyway, it was a good race. When do you want to have the decision, what's going on in Monza now? Was wird in Monza jetzt los sein? Werden Sie einen Vertrag kriegen für nächste Saison? Where I am in Monza, I think definitely I'm going to race with Force India. Ja, ich werde in Monza für Force India fahren, natürlich. But when do you have to get this information? Wann werden Sie diese Information kriegen? Werden wir sehen. Ja, der ist sich sicher, dass er im Auto sitzt in einer Woche beim großen Preis von Italien. Gerüchteweise könnte er da schon Lance Stroll für das Neue, unter Anführungszeichen, Force India-Team am Lenkrad drehen und dann wäre für Esteban Ocon offenbar kein Platz mehr. Schade, 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 muss man sagen, wenn es tatsächlich dazu kommt, nach diesem Wochenende, dass er wirklich in brillanter Art und Weise abgeliefert hat. Ja, nicht nur dieses Wochenende, Esteban Ocon gehört definitiv in die Formel 1. Ja, sitzt ein bisschen in der Zwickmühle momentan, aber ich bin mir sicher, er ist ja auch Mercedes Junior, Mercedes Pilot, dass sie für ihn eine Möglichkeit finden, um in der Formel 1 zu sein und dass wir noch ganz Großes von ihm sehen werden. Das hoffen wir auch, dass wir noch Großes von dir sehen werden. Du beerst uns wieder in Texas, Austin und Mexiko. Mexiko, okay, herzlichen Dank fürs Mitkommitieren, lieber Christian Glieren, herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Noch die Sendungshinweise für Sie, 19.15 Uhr, die Sendung Fußball mit den Zusammenfassungen der heutigen Spiele der Bundesliga-Runde und ab 22 Uhr ORF Sport Plus DTM. Zweites Nachtrennen in Misano, da ist es gestern schon drunter und drüber gegangen, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, macht sicher Spaß, 22 Uhr ORF Sport Plus und uns gibt es wieder ab kommenden Freitag, FP2, großer Preis von Italien. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.